Zehn Songs haben es schon ins Eurovisionsfinale am Samstag in Liverpool geschafft. Und zehn weitere Songs haben heute noch eine Chance. Schweden und Finnland haben sich im ersten Halbfinale als Publikumslieblinge durchgesetzt. Irland ist ausgeschieden. Mit Spannung erwarten die Fans das zweite Halbfinale, bei dem 16 weitere Acts um den Einzug ins große Finale kämpfen werden. Die Österreicher Teja und Salena mit ihrem eingängigen Song Who the Hell is Edgar und Joker Out aus Slowenien gehören zu den Songs, die es voraussichtlich schaffen werden. Außerhalb der Arena ist Liverpool in heller Aufregung. Es laufen eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Feier des ESC und zur ukrainischen Kultur, dem letztjährigen Sieger. So, we are here at the Solidarity Disco Banquet, dancing, we've been singing, and while we were doing that, we were also chopping some vegetables, prepping some food, and we're about to sit down and enjoy the food together. It's a mixture of food from Liverpool, but also food from Ukraine.